USDC ist zwischenzeitlich über minus 17% von seinem Pack abgewichen. Die ehemals 16 größte US-Bank ist pleite, was verheerende Folgen für viele Unternehmen hat. Kurzfristige Staatsanleihen liefern vergleichsweise hohe Rendite im Gegensatz zu langfristigen Staatsanleihen und den Aktienmärkten. Dazu kommen neue Arbeitslosenzahlen und am 14. März neue Inflationszahlen. Der Markt ist also extrem turbulent. Droht eine größere Finanzkrise-Rezession? Was sind realistische Szenarien? Das werden wir in diesem Video besprechen. Viele entscheidende Einflussfaktoren, also reden wir nicht weiter drum herum. Los geht's! Davor in eigener Sache, lass gerne ein Like und ein Abo da. Wie immer Feedback und eigene Meinung in die Kommentaren. Und wenn du weiter kostenlos den Kanal unterstützen möchtest, dann nutze gerne den einzigen Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Die Kryptobörse Maxi mit den geringsten Gebühren auf dem Markt, wieder heruntergesetzt auf 0,02% für Futures-Taker. Nutze ich selbst nochmal 10% Ersparnis mit meinem Link. Das sind die niedrigsten Gebühren auf dem Markt. Alle Video-Inhalte habe ich außerdem in einem Twitter-Thread zusammengefasst, also folgt auch gerne meinem Twitter für regelmäßige Updates in Short-Form. Der D-Pack von USDC hat zu viel Sorge im Kryptomarkt geführt. Grund hierfür ist die Pleite der Silicon Valley Bank. Das werden wir jetzt einmal im Detail durchgehen, damit ihr besser versteht, warum das eben zu einem D-Pack geführt hat und ob ein weiteres Risiko für Stablecoins besteht. Mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank haben wir den zweitgrößten Bankenzusammenbruch in den USA gesehen. Doch wie ist es überhaupt zu diesem Ereignis gekommen? Die Silicon Valley Bank war die 16. größte Bank in den USA, hat knapp 212,9 Milliarden US-Dollar an Assets gehalten und konnte insbesondere in den letzten Jahren eine große Steigerung an Einzahlungen erleben. Bis zu 250.000 US-Dollar sind in den USA Einlagen versichert. Das große Problem ist allerdings, dass eben von den knapp 200 Milliarden US-Dollar nur knapp 2,7 Prozent der Einlagen tatsächlich auch weniger als 250.000 Dollar wert sind. Das heißt, der Großteil, über 97,3 Prozent von allen Assets, sind also nicht versichert, was sehr verheerend sein kann. Insbesondere für viele Startups, für viele Unternehmen und eben auch für das Unternehmen Circle, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Warum ist die Bank jetzt nun Pleite gegangen? Das hat mit einem Ereignis zu tun, was wir bereits in den letzten Videos besprochen haben und zwar mit einer Inversion der Yield-Curve. Also ein ungewöhnliches Verhältnis von den Renditen von kurzzeitigen zu langzeitigen Staatsanleihen, was wir eben hier auf diesem Chart dargestellt sehen. Wir gehen das Ganze einmal Schritt für Schritt durch, dass das jeder versteht, auch wenn nicht das letzte Video angeschaut hat. Hier auf diesem Chart sehen wir auf der einen Seite in blau dargestellt die 10-Jahres-Staatsanleihen-Rendite. Wir sehen außerdem hier in orange und türkis dargestellt die 3-Monats-Staatsanleihen-Rendite und die 6-Monats-Staatsanleihen-Rendite. Normalerweise, was wir in einem gesunden Marktumfeld sehen, ist eben folgendes. Die 10-Jahres-Staatsanleihen-Rendite sind höher als eben die kurzfristigen Staatsanleihen-Rendite, weil eben die 10-Jahres-Staatsanleihen eine deutlich höhere Laufzeit und somit ein etwas höheres Risiko mit sich bringen. Was wir nun häufig, vor allem eben vor einer Rezession sehen, zeige ich euch gleich auch noch im Detail, ist, dass eben die kurzfristigen Staatsanleihen-Rendite über die langfristigen Staatsanleihen-Rendite ansteigen. Genau so, wie wir das jetzt hier in dieser Stelle auch erkennen können. Das bedeutet natürlich de facto, dass es sich für Investoren nicht lohnt, Staatsanleihen auf dem langen Zeithorizont zu kaufen, wenn man auch eben Staatsanleihen auf dem kurzfristigen Zeithorizont kaufen könnte und genau das ist eben der Silicon Valley Bank zum Verhängnis geworden. Denn diese über 212 Milliarden US-Dollar an Assets wurden zu einem großen Teil in langfristige Staatsanleihen investiert. Damals, vor ein bis zwei Jahren, hat man eben diese Inversion der Rendite, also quasi diese aufsteigende Diskrepanz zwischen kurzzeitigen und langzeitigen Staatsanleihen, noch nicht absehen können. Das heißt, die Silicon Valley Bank hat einen großen Teil ihrer Assets in langfristigen Staatsanleihen investiert. Viele Investoren haben dann allerdings Gelder abgezogen, um diese eben selbst in kurzfristige Staatsanleihen zu investieren, weil das natürlich deutlich höhere Rendite liefert, wie ich hier gerade erklärt habe. Was dann eben zu einem Bankrun geführt hat, wodurch eben die Silicon Valley Bank dazu gezwungen war, einen großen Teil ihrer langfristigen Staatsanleihen und Aktieninvestments im Verlust zu verkaufen, wodurch die Bank eben pleite gegangen ist. Soweit also einmal als Kurzfassung dazu, was ist bei der Silicon Valley Bank passiert. Das hatte große Auswirkungen auf den Stablecoin USDC, denn das Unternehmen Circle hat eben auch Gelder, Assets bei der Silicon Valley Bank gehalten. Insgesamt knapp 3,3 Milliarden US-Dollar hat Circle an Reserven bei der Silicon Valley Bank gehabt. Um das ins Verhältnis zu setzen, insgesamt 40 Milliarden US-Dollar betragen die Gesamtrezerven hinter USDC. Und nun ist es eben unklar, ob Circle diese 3,3 Milliarden US-Dollar wiederbekommt, nachdem eben die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist. Und das hat eben zu dem gerade besprochenen D-Pack geführt, dass eben USDC hier teilweise 17% nach unten gedroppt ist. Mittlerweile können wir allerdings sehen, dass sich der Kurs von USDC wieder reguliert hat. Wir aktuell wieder nahezu den Pack von einem Dollar erreicht haben. Und wenn wir uns viele Einschätzungen anschauen, insbesondere Aussagen von Circle an sich, besteht hier nicht der größte Grund zur Sorge. Für den Fall, dass diese 3,3 Milliarden nicht erhalten werden können, also tatsächlich verloren sind für das Unternehmen Circle, hat das Unternehmen laut eigenen Aussagen immer noch genug eigene Reserven und genug externe Investoren, um eben diese Verluste wieder wettzumachen. Was nun stimmt, was nicht stimmt, was passieren wird in Zukunft, das wissen wir allerdings nicht. Und die letzten Monate mit FTX insbesondere haben uns gezeigt, man sollte immer mit dem Schlimmsten rechnen. Und gleichzeitig, ganz egal wie das für Circle ausgehen wird, ist ein derartiger D-Pack meiner Ansicht nach ein sehr großer Vertrauensbruch, beziehungsweise ein Problem, besser gesagt, für ein Unternehmen, was eben ein Stablecoin bereitstellt. Denn ein Stablecoin sollte jederzeit 1 zu 1 gegenüber der entsprechenden Fiat-Währung traden. Wenn das nicht passiert, dann ist das ein sehr schlechtes Zeichen für diesen Stablecoin. Gehen wir jetzt einmal etwas genauer auf die Yield Inversion ein, die ich eben vorhin besprochen habe, was eben die kurz- und langfristigen Staatsanleihenrendite betrifft. Hier auf diesem Chart sehen wir die Inversion der Yield-Kurve dargestellt. Das heißt quasi hier in Türkis sehen wir das Verhältnis von den 3-Monats-Staatsanleihenrendite und den 10-Jahres-Staatsanleihenrendite. Was eben bedeutet, wenn wir hier auf einem sehr niedrigen Niveau sind, dann haben eben langfristige Staatsanleihen eine deutlich höhere Rendite als kurzfristige Staatsanleihen. Das heißt, an diesem Zeitpunkt ist eigentlich alles in Ordnung, so wie es immer laufen soll. Auf der anderen Seite, wenn wir einmal rauszoomen, wenn quasi dieses Verhältnis auf einem hohen Niveau ist, wie hier zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, hier kurz vor dem Corona-Crash oder jetzt auch aktuell, dann haben wir eben dieses Event, was wir gerade besprochen haben. Kurzfristige Staatsanleihen liefern höhere Rendite als langfristige Staatsanleihen. Und wenn wir das einmal uns anschauen, ist das in der Vergangenheit ein ganz klarer Rezessionsindikator gewesen. Denn schauen wir einmal hier in die Vergangenheit, was die letzten Male passiert ist, wenn wir auf einem derartig hohen Niveau waren, dann waren wir zu diesem Zeitpunkt immer kurz vor hier einem weiteren Crash, kurz vor einer weiteren Finanzkrise, hier beispielsweise kurz vor dem Corona-Crash ebenso. Und das ist eben ein sehr besorgniserregender Faktor aktuell, dass wir eben in der momentan sehr schwierigen, instabilen, makroökonomischen Situation noch derartig eindeutige Crash-Indikatoren sehen. Und das lässt sich auch ganz einfach erklären, was wir an diesem Chart hier entnehmen können. Und zwar, im Blau dargestellt sehen wir die 12-Monats-Dividenden-Rendite des S&P 500 in Gelb und hier die 6-Monats-Staatsanleihen-Rendite im Blau dargestellt. Und was wir sehen können, es gibt aktuell mehr Rendite, in 6-Monats-Staatsanleihen zu investieren, als in den S&P 500, weswegen eben Gelder aus dem S&P 500 abgezogen werden und in 6-Monats-Staatsanleihen investiert werden. Und ein derartiges Phänomen war in der Vergangenheit ebenfalls, wie wir hier bei diesen gestrichelten Linien sehen können, immer wieder mit einem starken Crash verbunden, als quasi die kurzfristigen Staatsanleihen-Rendite stark angestiegen sind im Verhältnis auch zu den S&P 500-Dividenden-Renditen. Zwei weitere Crash-Indikatoren sollte man auf jeden Fall auch im Auge behalten und das ist auf der einen Seite die FED-Fundrate, über die wir gleich noch sprechen werden und die Arbeitslosenquote hier in Orange dargestellt. Und auch hier sehen wir, dass zu dem Zeitpunkt, bei welchem die FED-Fundrate auf einem hohen Niveau war und anschließend eben wieder gekürzt wurde, dass das erst der Zeitpunkt gewesen ist in der Vergangenheit bei vielen Rezessionen, nicht bei allen muss man auch sagen, ab dem eben dann die Kurse stark nach unten gefallen sind, wie hier zum Beispiel auch vor der Finanzkrise 2008. Weiterhin haben wir neue US-Arbeitsmarktdaten, die aus unserer Perspektive bullisch ausgefallen sind, denn wir haben erhöhte Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosenquoten sind von 3,4 auf 3,6% angestiegen, dementsprechend auch der US-Dollar-Index abgesunken. Warum ist nun der Anstieg der Arbeitslosenquote ein so bullisches Zeichen? Wir sehen in der Vergangenheit ebenfalls, dass das Bottom der Aktienmärkte nicht eingetreten ist, bevor wir nicht einen starken Anstieg der Arbeitslosenquoten gesehen haben. Und wenn die Arbeitslosenquoten stark ansteigen, es mehr Arbeitslose auf dem Markt gibt, der die FED dazu zwingen kann, die Interest-Rates wieder zurückzuschrauben, was dann wiederum positive Auswirkungen auf die Märkte haben kann. Schauen wir nun einmal auf die relevantesten, wichtigsten Ereignisse in den nächsten Tagen. Und das sind auf der einen Seite die US-Inflationszahlen am 14. März. Die Vorhersage liegt bei 6,1%. Und es gilt wie immer, wenn die Inflationszahlen höher ausfallen als erwartet, kombiniert noch mit der Pleite der Silicon Valley Banken, dann könnte das natürlich verheerende Auswirkungen auf die Märkte haben. Insbesondere, wenn wir eben sehen, dass offensichtlich die Inflationszahlen noch nicht bekämpft sind und in den nächsten Monaten wieder einen Anstieg der Inflationsrate sehen. Das nächste FED-Meeting wird am 22. März stattfinden. Auch hier sehen wir aktuell eine sehr interessante Entwicklung. Mittlerweile geht der Großteil des Marktes davon aus, dass wir eben auf 50 Basispunkte erhöhen, also auf eine nächste Rate von 500 bis 525. Und wenn wir uns das einmal anschauen, vor einem Tag war das Ganze noch relativ ausgeglichen und vor einer Woche ist der Großteil noch von 25 Basispunkten ausgegangen. Also hier auch extrem volatile Meinungen. Das heißt, wenn wir die ganze makroökonomische Situation, alles was wir gerade besprochen haben, einmal hier zusammennehmen, dann ist natürlich nicht eindeutig zu sagen, okay, wir werden jetzt hier einen weiteren großen Crash sehen, wir werden eine weitere Rezession sehen. Es gibt immer noch die Hoffnung auf ein Soft Landing, aber man sollte die Augen nicht verschließen vor einem möglich weiteren großen Crash in den Aktienmärkten, wenn wir einmal Mustern der Vergangenheit folgen. Und das kann dann natürlich auch verheerende Wirkungen auf den Bitcoin haben, weil Bitcoin und die Aktienmärkte nach wie vor stark miteinander korrelieren, stark miteinander verknüpft sind. Und dementsprechend kommen wir jetzt einmal auf, meine Bitcoin-Preisprognose zu sprechen, welche Faktoren sind Krypto intern aktuell relevant zu betrachten, was sind mögliche Szenarien, die ihr wissen solltet. Davor möchte ich ganz kurz auf den Sponsor vom heutigen Video eingehen, was mir ermöglicht, mehr Arbeit in meine Videos zu stecken, euch den größtmöglichsten Mehrwert zu liefern. Und hierbei handelt es sich um das Projekt RossiVail, um die Möglichkeit hier an einem Airdrop teilzunehmen, ohne Verbindlichkeiten, ohne irgendwelchen Kosten und ähnliches. Das Projekt RossiVail ist letztendlich ein Portfolio-Management-Algorithmus, ein Protokoll, welches automatisierte Vermögensverwaltung ermöglicht. Und nun startet das Projekt seinen eigenen Token, den Token Rossi. Und dafür gibt es aktuell ein Voting auf DAO Maker. Ihr könnt hierbei einfach abstimmen, ob das Projekt gelistet werden soll oder nicht. Und im Zuge von diesem Abstimmungsprozess, wenn ihr für das Projekt RossiVail abstimmt, könnt ihr euch für einen Airdrop qualifizieren, insgesamt im Wert von 25.000 US-Dollar. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist zum Beispiel Voten für das Projekt, dem Twitter-Account folgen, somit könnt ihr quasi Punkte generieren. Und je mehr Punkte ihr bekommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr im Airdrop teilnehmen könnt. Eine coole Idee finde ich, mit ein paar Klicks, mit ein wenig Zeitinvestment hier an einem Airdrop teilzunehmen, euch ein paar Token zu sichern, ohne ein wirkliches Investmentrisiko eingehen zu müssen. Was eben auch der Grund ist, warum ich dieses Sponsorship angenommen habe. Und für jeden, der sich für das Projekt interessiert, der schaut gerne natürlich auch auf der Website vorbei, auf Twitter, auf Telegram. Bereits eine sehr große Community steht hinter dem Projekt. Schauen wir nun einmal jetzt auf den Kryptomarkt an sich. Eine erste positive Nachricht haben wir hier schon, und zwar der größte Creditor, also der größte Empfänger von Mt. Gox Bitcoin, die in den nächsten Monaten verteilt werden, plant offensichtlich, diese Bitcoin nicht auszuzahlen, sondern weiter zu halten. Was eben dafür sorgen könnte, dass ein relevanter Faktor, der eben für Verkaufsdruck im Kryptomarkt führt, somit verschwindet. Schauen wir jetzt hier auf die Charts und wir sehen einmal ganz klar, der Bitcoin ist um 22,5% nach unten hin gedroppt. Seitdem wir eben hier das lokale High bei ungefähr 25.300 US-Dollar erreicht hatten. Und wir sehen eigentlich relativ schön, was ich euch im letzten Video hier auch im Detail erklärt habe. Ich habe gesagt, okay, wenn wir diesen Support hier halten, dann ist das ein sehr bullisches Zeichen. Dann wäre mit weiteren Kursanstiegen auf das nächste Resistance Level zu rechnen. Könnt ihr auch gerne hier im letzten Video noch einmal nachschauen. Auf der anderen Seite haben wir diesen Support jetzt nicht gehalten, und dementsprechend habe ich auch gesagt, dann werden wir vermutlich das nächste Support Niveau antesten, was eben hier auch in diesem Moment passiert ist. Und wenn wir einmal genauer reinschauen, haben wir hier ziemlich genau das 0,5er Fibonacci Retracement gehalten, bis jetzt zumindest. So, dementsprechend bestehen aktuell drei mögliche Szenarien meiner Ansicht nach. Entweder die ganze Situation verschärft sich, was eben die Pleite von der Silicon Valley Bank angeht, möglicherweise noch andere Banken die Pleite werden, weitere Unternehmen, die eben darin verknüpft sind. Dann vielleicht auch noch höhere Inflationszahlen als erwartet. Dann werden wir, denke ich, auf jeden Fall hier dieses Support Niveau antesten. Im Worst Case eben hier nach unten hin ausbrechen und wieder die alte Bottom Region antesten. Und wenn wir eben dieses Preis Level verlieren, also quasi hier das 0,6er Fibonacci Retracement Level, gleichzeitig eben das Preis Niveau von 18.600 bis 19.300, also quasi hier einfach diese relevante Liquiditätszone, dann verlassen wir hier diese Seitwärtsbewegung, was ein sehr bärisches Zeichen wäre und dann würden wir vermutlich ein Double Bottom formen. Das heißt, das 0,6er Fib Level aktuell von sehr, sehr hoher Relevanz. Halten wir wiederum diesen Support, beziehungsweise das 0,5er Fib Level und schaffen ein Breakout wieder hier über diesen Widerstand, den wir jetzt gebildet haben, eben im Bereich von 20.700 bis 21.300, dann können wir durchaus wieder mit einem Aufwärtstrend rechnen. Das Ereignis würde vermutlich passieren, wenn kleinere Inflationszahlen kommen als erwartet und sich eben herausstellt, okay, die Pleite von hier der Silicon Valley Bank hat keine weiteren unkalkulierbaren Auswirkungen. Interessant ist es auch, wenn wir hier uns das Bull Market Support Band anschauen, denn das aktuelle Support Niveau wird insbesondere auch durch das Bull Market Support Band auf dem Weekly Chart unterstützt. Und wenn wir jetzt einmal rausschauen, sehen wir eben die Relevanz von dem aktuellen Preisniveau, bei welchem wir uns befinden, denn wir haben in diesem Bärenmarkt endlich ein Breakout hier über eben das Bull Market Support Band gesehen und retesten aktuell hier wieder das Bull Market Support Band. Ich hatte euch seit Wochen immer wieder gesagt, dass wir nach diesem Breakout mit einem Retest rechnen müssen. Das ist jetzt auch genau so passiert und die relevante Frage ist jetzt natürlich, werden wir das Bull Market Support Band halten und von diesem Bouncen quasi dieses Breakout hier auch bestätigen. Wenn wir dieses Breakout bestätigen, dann wäre das ein unglaublich bullisches Zeichen, ein unglaublich bullischer Faktor, weil eben ein Breakout über das Bull Market Support Band immer wieder in der Vergangenheit das Ende von einem jeweiligen Bärenmarkt eingeleitet hat. Sollten wir das Bull Market Support Band allerdings jetzt wieder hier nach unten brechen, wir letztendlich hier ein kurzes Fake Out gesehen haben, dann müssen wir hier nochmal mit einem doppelten Boden rechnen, vielleicht noch einmal tieferen Preis zielen. Und das sehen wir hier auf dem größeren Timeframe auch sehr schön und zwar eben, wenn wir das aktuelle Niveau nach unten durchbrechen, den bisherigen Bottom nach unten hin durchbrechen, dann ist eben hier mit einem Drop auf 12.500 US-Dollar durchaus zu rechnen, also quasi ein Erreichen der nächsten Liquiditätszone hier durch diese orange Zone dargestellt. Denn wenn wir einmal etwas genauer hinschauen, dann haben wir hier eben in diesem Bereich von knapp 16.000 bis 12.000 US-Dollar kaum gehandeltes Volumen, kaum Liquidität. Der Markt sucht immer die Region, in welchen viel Liquidität zu finden ist. Wenn wir also dieses Bottom verlieren, dann denke ich 12.000, 13.000 ist durchaus ein realistisches nächstes Preisziel, wenn wir hier einmal von den nächsten Worst-Case-Szenarien sprechen. Außerdem relevant hier zu erwähnen, meiner Ansicht nach, das 200. Weekly SMA, welches hier einen erfolgreichen Widerstand geliefert hat. Wir sind bei einem Breakout gescheitert. Ein vergleichsweise negatives Zeichen. Aktuell weiterhin haben wir sehr, sehr viele interessante Trade-Möglichkeiten, Trade-Optionen. Hierbei halte ich mich nach ganz klaren Strategien, ganz klaren Indikatoren, die ich euch hier auch in dieser Trading-Reihe erkläre. Schaut euch gerne, wenn ihr euch für das Thema Trading interessiert, hier die Crypto Essentials an. Hier habe ich euch verschiedene Trading-Strategien und grundsätzliche Anleitungen, wie Trading überhaupt funktioniert. In aller Ausführlichkeit hochgeladen Strategien, die ihr einfach umsetzen könnt, anhand von Indikatoren, welche ihr hier bei TradingView finden könnt. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch in den Videos. Und damit war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Ist vermutlich deutlich länger geworden, aber wie gesagt, sehr relevante Dinge jetzt hier zu besprechen. Und ich möchte in meinen Videos euch den maximalen Mehrwert bieten. Ich möchte, dass ihr das Video anschaut und danach ganz genau wisst, was relevant ist, was wirklich passiert. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video werden alle Informationen, die ich hier in diesem Video geteilt habe, natürlich relevant aktuell bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, dann gerne hier nach unten gehen, einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und natürlich gerne auch einen Kommentar da lassen, Feedback, Meinungen, alles Mögliche. Würde mir sehr weit helfen, würde mich freuen. Wie gesagt, die niedrigsten Gebühren bekommt ihr aktuell auf Maxi mit meinem Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann.